äh gestern meine ich war ich beim meppenspiel und da hat meppen glücklicherweise 3 zu 2 gewonnen ähm ja und ja da war ich halt bei und das war das einer der besten videos da haben wir dieses fette poster von hier von der mitte weggetragen das steht am der städter kreis und ja ich war dabei zu sein ganz viel spaß gemacht und ja das war ganz toll und jetzt lasse ich für euch ein bisschen laufen